Ein großes Abenteuer, auch ein gewisses Risiko. Tatsächlich läuft er am Anfang nicht ganz so gut. 46 US-Dollar kostet die Aktie, ist eine ganze Menge, aber nicht so viel, wie eigentlich geplant war. Die Ausgabepreisspanne, die galt bis zu 48 US-Dollar, hat man also nicht ganz erreicht. Nichtsdestotrotz wird man sehr viel Geld einspielen. Heute Nachmittag wird in deutscher Zeit dieser Börsengang an der Wall Street über die Bühne gehen. Und im Vorfeld habe ich mit meiner Kollegin Antje Passenheim, unserer Korrespondentin in New York, über diesen Börsengang gesprochen. Und ich habe sie gefragt, warum Birkenstock denn überhaupt an die Börse geht. Ja, das ist schon eine Zeitenwende hier für den traditionellen Sandalenhersteller aus Deutschland, Birkenstock, wenn er hier kurz vor seinem 250. Geburtstag auf das New Yorker Parkett schlappt. Mit diesem Börsengang will Birkenstock ungefähr 1,4 Milliarden Dollar, also umgerechnet 1,3 Milliarden Euro verdienen. Das Unternehmen soll dann 8 bis 10 Milliarden Dollar wert sein. Das ist doppelt so viel wie vor zwei Jahren, als der milliardenschwere Luxusunternehmer Bernard Arnault, der Chef des Unternehmens LVMH, eingestiegen ist bei Birkenstock. Der gibt auch maßgeblich den Ton an bei der Hauptgesellschaft L Ketterton. Und der hat zusammen mit dem deutschen Birkenstock-Chef Oliver Reichert diesen Börsengang maßgeblich vorangetrieben. Bernard Arnault will Birkenstock in die Welt des Luxus einführen. Interessante Wende. Wie soll denn das nun tatsächlich Birkenstock dann auch zugutekommen? Birkenstock selbst könnten gut 520 Millionen Dollar zugutekommen. Das Unternehmen will das Geld nutzen für den Schuldenabbau, aber auch, um sein Geschäft in Asien auszuweiten. Denn da sind die Birkenstocks bislang so gut wie gar nicht zu haben. Und das soll sich ändern. Das soll ungefähr so werden wie hier in den USA, wo die Latschen bereits der Renner sind. Wir haben schon ein bisschen angedeutet, ist da ein großer Hype um Birkenstock? Ist das ein Börsengang in den USA wie der andere? Nein, ungewöhnlich ist das jetzt hier nicht alles. Aber das Medieninteresse ist ungewöhnlich groß, weil nämlich Birkenstock so einen Hype hier in den USA erzeugt. Übrigens eine Fangemeinde seit den 70er Jahren, seit der Hippie-Bewegung, die mit den Bullys durch die Gegend gefahren sind. Der Birkenstock, dieser bodenständige deutsche Sandale, war ein antikapitalistisches Statement. Das ist vor allen Dingen witzig, weil es hier in der Kapitalismuszentrale jetzt an die Börse geht. Dann in den 80er Jahren die Frauenbewegung. Dann haben Ikonen wie Steve Jobs den Birkenstock berühmt gemacht. Er liebte das Modell Arizona. Das ist hier übrigens ausgelatscht vor einem Jahr für 200.000 Dollar unter den Hammer gekommen. Models wie Kate Moss, Heidi Klum haben den Birkenstock-Schuh die Sandale dann zu Glanz gebracht weiter. Und zum Schluss natürlich Barbie, die in ihrem Blockbuster die High Heels austauscht gegen die Sandale, um ins einfache Leben einzutauchen. Und das hat Birkenstock natürlich genutzt, diesen Hype jetzt, um jetzt hier in diesem Moment an die Börse zu gehen. Ja, dieser Film, der kommt im Grunde zur rechten Zeit. Alle fragen sich natürlich hier, warum geht ein Traditionsunternehmen aus Deutschland nun ausgerechnet in New York an die Börse? Genau, unter dem Kürzel Birks wird Birkenstock hier gelistet. Also Birks Goes Manhattan. Und das ist für die deutsche Börse natürlich ein schwerer Schlag, nachdem sie schon das US-deutsche DAX-Schwergewicht Linde verloren haben an die USA. Nachdem Biontech, der Pharmakonzern, hier in New York an die Tech-Börse Nasdaq gegangen ist. Nachdem vergangene Woche der Rüstungskonzern Renk zurückgezogen hat vom Börsengang in Frankfurt. Und jetzt geht Birkenstock hier nach New York. Aus einem guten Grund, weil das hier einfach der dickste Markt ist. Der kapitalstärkste Markt, der umsatzstärkste Markt, an dem sich das meiste Geld verdienen lässt. Und außerdem ist dieser US-Markt für Birkenstock, auch für die Sandalen, der stärkste Markt der Welt. Hier macht Birkenstock den meisten Umsatz. Das hat mit dem Börsengang jetzt nichts zu tun. Aber vor dem Hintergrund ist dieser Hype um die Birkenstock-Sandale in den USA natürlich auch ganz wichtig. Nun ist ja die Aktienkultur in den USA viel ausgeprägter als bei uns. Welche Rolle spielen denn Aktien im täglichen Leben der Amerikaner? Und welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang auch möglicherweise Birkenstock? Das ist auf jeden Fall Gesprächsthema. Und zwar quer durch alle Altersgruppen. Ob das Studenten sind, ob das Berufstätige sind, ob das Rentner sind. Denn das Sozialsystem, das wir aus Deutschland kennen, das existiert ja hier in den USA so nicht. Und von daher legen viele Leute in Aktien an, ob sie davon ihre Studienschulden bezahlen wollen, ob sie für ihre Altersvorsorge vorbauen wollen. All das interessiert sie. Es interessiert sie, wo die Aktien stehen, weil sie das persönlich ganz gezielt betrifft. Außerdem hat die Anlegerlust ja so ein bisschen zugenommen, nachdem die Angst weggegangen ist, dass die Fed weiter mit den Finanzsteigerungen macht. Diese Angst ist im Moment so ein bisschen gedämpft und daher auch die Anlegerlust wieder gestiegen. Nun ist es ja so, dass auch der Staat in den USA die Aktienkultur fördert. Inwiefern? Ja, das tut der amerikanische Staat zum Beispiel, indem er seinen Bürgerinnen und Bürgern dabei hilft, eine aktienbasierte Altersvorsorge zu machen. Es gibt seit 1974 ein Gesetz, das ERISA-Gesetz. Und das ermöglicht es Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, dass sie einen Teil ihres Bruttogehalts direkt in einen Aktienfonds fließen lassen. Und dieser Teil des Bruttogehalts, der wird dann zumindest in dem Moment nicht besteuert. Also ein gutes Beispiel dafür, wie der Staat nachhelfen kann, dass Menschen private Altersvorsorge betreiben. Und da muss man zum Beispiel tun. Vielen Dank.